Welche Vorteile bringt Ihnen eine doppelte Staatsbürgerschaft für Ihr Business? Die Briten und Amerikaner sind sich sicher, dass Ihre Staatsbürgerschaft die beste sei. Der aktuelle Visa Restriction Index der britischen Immigrationsbehörde widerspricht dieser Überzeugung. In diesem Video zeige ich Ihnen die zehn besten Staatsbürgerschaften und Pässe, die sich für eine zweite Staatsbürgerschaft für Sie aus mehreren Gründen auszahlen werden. Guten Tag, hier ist Enzo Caputo von SwissBankingLawyers.com. Dem neuen Visa Restriction Index zufolge besitzen die Deutschen die besten Pässe weltweit, die Ihnen visafreie Einreise in 177 Länder gewähren. Wenn wir hier über die besten und vorteilhaftesten Pässe sprechen, betrachten wir die Anzahl der Länder, die Ihnen visafreie Einreise gewähren. Natürlich können, auch abhängig von Ihren persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen, andere Pässe mehr Vorteile bieten, was einen Umzug ins Ausland, Vermögensschutz oder die Eröffnung eines Bankkontos angeht. Bei einem persönlichen Gespräch zeige ich Ihnen, welche Staatsbürgerschaft am besten auf Ihre individuellen Bedürfnisse perfekt zugeschnitten ist. Massgeschneiderte Lösung. Der Index listet Länder auf, sortiert nach Einreisefreiheit, die von der Internationalen Luftfahrtverband, die IATA, erhoben wurden. Der IATA-Verband verfügt über die weltweit grösste Datenbank für Reiseinformationen. Länder haben Punkte erhalten, basierend auf der Einreiseerlaubnis ohne Visapflicht. Nach Deutschland kam Schweden an zweiter Stelle, mit visafreier Einreise in 176 Ländern. Grossbritannien kam an dritter Stelle, gemeinsam mit Finnland, Frankreich, Indien und Spanien. Sind Sie ein erfolgreicher internationaler Geschäftsmann? Interessieren Sie sich für massgeschneiderte Strategien zum Vermögensschutz, Asset Protection? Wenn ja, rufen Sie mich an und lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie Ihr Kapitaleffizienz schützen können. Seien Sie nicht länger nur eine Nummer in der Datenbank Ihres Kundenberaters und sichern Sie sich den Service, den Sie verdienen. Wir besprechen gemeinsam, welche zweite Staatsbürgerschaft für Sie am gewinnbringendsten ist und aus welchen Gründen Sie eine benötigen oder eben keine benötigen. Begehen Sie nicht denselben Fehler wie der ehemalige Premierminister von Thailand, Herr Thaksim. Thaksim besass keinen Zweitpass und keine zweite Staatsbürgerschaft. Als er mit dem Flugzeug Thailand verlassen hatte, wurde sein thailändischer Pass von der Behörde sofort für ungültig erklärt, sodass er bei der Landung keinen gültigen Pass mehr hatte. Ohne Pass wanderte er sich somit über Nacht vom Premierminister von Thailand zum staatenlosen Asylanten ohne Papiere, zum Saint-Papier. Sie müssen kein Premierminister sein, um einen Nutzen aus einer zweiten Staatsbürgerschaft zu ziehen. Eine falsche Anschuldigung vor Gericht oder die Verwicklung in einem internationalen Steuerverfahren oder Korruption oder was auch immer können dazu führen, dass Sie Ihren Pass schneller verlieren, als Ihnen lieb ist. Als internationaler Geschäftsmann ist Mobilität und Krisenmanagement für das geschäftliche Worst-Case-Szenario unabdingbar. Sie benötigen einen zweiten sicheren Hafen für Ihre Familie und Ihr Business. Wir unterstützen Sie bei der Eröffnung eines Kontos bei einer der besten Schweizer Banken mit Ihrem neuen Pass. Wir bieten Ihnen massgeschneiderte Beratung, platzieren Ihr Vermögen in verschiedene Länder, schützen Sie Ihr Vermögen vor dem Zugriff von prozessfreudigen Gläubigern und übereifrigen Behörden. Dazu brauchen Sie massgeschneiderte und zeitgemäße Strategien. Der Besitz einer zweiten Staatsbürgerschaft wird Sie in vielen Situationen schützen. Der verheerenden finanzielle Schaden infolge von politischen Unruhe, unangemessene Sanktionen, Einreisebeschränkungen, invasive Regierungen und Behörden, habgierige Steuerbehörden und vieles mehr und übereifrige Beamten können Sie mit unseren Strategien ganz oder zumindest teilweise verhindern. Machen Sie es Ihren Gegenspielern und Konkurrenten schwer, an Ihr Geld zu kommen. Hören Sie auf, Ihre Assets auf dem Silbertablett zu präsentieren. Gehen Sie nicht das Risiko ein, wie ein Flüchtling leben zu müssen, so wie der ehemalige Premierminister Daxin. Eine zweite Staatsbürgerschaft ist Ihre Versicherung für den Notfall, für den Worst Case. Sie können sogar Ihren Namen legal ändern, wenn Sie möchten, um Ihr Vermögen effizient zu schützen. Mit einem zweiten Pass und einem anderen Namen sind Sie plötzlich eine andere Person. Ganz einfach, das ist natürlich ein Extremfall. Wir finden für Sie die besten Lösungen, um Ihr Vermögen und Ihre Familie zu schützen, bevor es zu spät ist. Greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen Sie 0041 44 212 4404. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.